Spider-Man, but with Guns. Also, hier hat jemand den ersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire genommen und Guns, also Knarren, rein animiert. Ich bin gespannt. Tobi hat mir das Video empfohlen. Er meinte, Digga, eins der lustigsten Videos, das er je gesehen hat. Gucken wir mal. Oh, wie stark, ey. Krass, voll aufwendig gemacht. Aber mit der Dark Spider-Man-Musik, mit der Pony Maguire-Musik. Gunman. Und weg ist er. Steht er da mit der Knarre in der Hand. Just be careful, you change it into. Are you afraid that I'm gonna turn into some kind of criminal? Quit worrying about me, okay? Something's different. I'll figure it out. Stop lecturing me, please. Oh, wie stark. Jetzt ist Peter der Einbrecher, beziehungsweise der Räuber. Hey, what the hell. Put the money in the bag. Oh, wie stark. Ach, wie dumb. Hä, wie stark ist das editiert? Hä? Hä, voll strong. No one says no to me. Why, Peter? What's that? You're bleeding. Oh. Oh, that's, he knows. Yeah, I stepped off a curb and got clipped by one of those bike messengers. Wahrscheinlich. Well, that looks awful. It's nothing. I'll get the first aid kit. How did you say that happened? Bike messenger. Knocked me down. Well, excuse me, I've got to be going. This is why only fools are heroes. Because you never know when some lunatic will come along with a sadistic choice. We are who we choose to be. No! 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 I think you're beautiful. Mit der Sniper. Ende. Ah, stark. Das war ja mal richtig gut. Freunde, was sagt ihr? Spider-Man 2, but with guns? Ja, ne? Teil 2 hab ich jetzt schon gesehen. Aber gucken wir mal. Stop, stop! Spider, you're late, man. Always late. I'm sorry, Mr. Aziz. Come on. On the ground, everyone, now. You're a month later, again. Again? And don't try to... Give me rent! ...to sneak past me. I have ears like a cat. I will shoot you like a rodent. Thanks, Mr. Dukovic. Is my good friend I called you about? I'm writing a paper on you for... Yes, yes, I know what you're doing here, but I really don't have time to talk to students right now. But Oscorp pays the bills. Bestestelle. Einfach bestestelle, nochmal. Yes, I know what you're doing here, but I really don't have time to talk to students right now. But Oscorp pays the bills, so... That's right. Ah, so stark. Man! Where's my money? Uh, can I help you? Yeah, I, uh... Come to see the show. Oh, I'm sorry, sir. No one will be seated after the doors are closed. Ah. I understand. Kamera-Schnitt, he's going to his place. That's right, that was Spider-Man 3, how he's going to the place, that's right. Spider-Man, Spider-Man does whatever a Spider-Man can, spins away... uh... Dieser Championships. Dieser Unfall-Sound! I'm afraid it's just not sufficient to refinance your home. Au! You better get life insurance. lovely Bill Crb. We have to shut it down. Please tell me how. My wife... Take your hand off me. Das ging schnell. Ja, okay. Ich muss sagen, ich fand den ersten Part besser als den zweiten. Der erste Teil war noch lustiger, aber vielleicht liegt es doch daran, dass ich den zweiten jetzt schon kannte. Aber dann gucken wir doch abschließend noch den dritten hinterher. Spider-Man 3, but with guns. Let's go. It's me, Peter Parker, your friendly neighborhood, you know. I put the money in the bag. Okay. Peter, what is it? I got the money. Peter! Als wäre sie so toll von dieser Gang. Tate Mae ist so der Drahtzieher einfach. Shoot all my glass. Ohne zu blinzeln einfach. Liegt da da. Harry! Harry! Oh my God. Es war so klar. Hey, buddy. Hey. How the hell is he still alive? Ich wollte gerade sagen. How would you like some pain? Some pain statt Champagne. How'd that get in there? Also, der dritte Teil. Der gefällt mir bisher noch besser als der erste sogar. Oh, don't cry. Tinker. Can you kill me like you killed my father? Oh, boy, yeah. Oh, boy, yeah. Gonna die? Oh, ich kann nicht mehr. Sorry, ich muss alle zwei Sekunden Pause drücken, aber es ist so stark. Gonna die? Oh, ich kann nicht mehr. Oh, sorry, ich muss alle zwei Sekunden Pause drücken, aber es ist so stark. Ich werde ein paar bullets in your eye. Wow, good morning. It's beautiful. What's going on hier? Are you guys all right? We're just horsing around. Look, I'm begging you. If you do this, I will die. You should have thought of that earlier. Photographer got fired. Literally. Your shots are so good. I'm not to show you some time. I hate her, Photographer. Eat her. Also, das Ende war ja mal viel zu krass. Also, hier, der dritte Teil, das war der beste, wirklich. Oh, was ein Abschluss, Alter. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn The Human Spider davon jetzt auch noch irgendwie zu den Andrew Garfield-Spider-Man-Filmen was macht, zu den Tom Holland-Spider-Man-Filmen. Das würde ich ja extrem fühlen. Und falls euch diese YouTube-Kacke schon gefallen hat, dann klickt einfach hier drauf. Hier geht's zum letzten YouTube-Kacke-Video. Viel Spaß dort.